Herzlich Willkommen zu diesem kleinen neuen Informationsvideo. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, ich habe ja gestern was im Community-Tab gepostet und zwar, dass ich Content-Assistance suche, für unsere Kanal-Helfer-Line, um es mal so ein bisschen nett auszudrücken. Und ja, irgendwie haben das nicht sehr viele Leute gesehen, beziehungsweise die, die es gesehen haben, haben es nicht ganz zu Ende gelesen. Deswegen jetzt nochmal, wer da Interesse daran hat, lest den ganzen Text. Ich schreibe den nochmal hier in die Beschreibung rein, weil sonst klappt das nicht so. Also wenn ihr nicht lesen könnt, dann ist das schon mal so eher schlecht. Also ich sag's ja nur. Aber wie gesagt, wer Interesse hat, da ein bisschen so mit zu wirken, machen, tun, der möge sich die Beschreibung von diesem Video hier durchlesen und dann bitte das tun, was in der Beschreibung steht, wenn das auf euch tutrifft. Sonst... Ah, ne? You know what I mean. Und ja, sonst euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!